Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1582. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir müssen noch planen, wie es nächste Woche weitergeht. Hat jemand Vorschläge? Wir müssen noch planen, wie es nächste Woche weitergeht. Hat jemand Vorschläge? Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Der ärztliche Bericht meiner Kollegin gibt Anlass zu fragen. Der ärztliche Bericht meiner Kollegin gibt Anlass zu fragen. Der ärztliche Bericht meiner Kollegin gibt Anlass zu Fragen. Wir posten gemeinsam in sozialen Netzwerken und amüsieren uns über die Antworten, die wir erhalten. Hier entscheiden Sekundenbruchteile über den Sieg. Wenn ich diese Schraube anziehe, sollte es funktionieren. Wenn ich diese Schraube anziehe, sollte es funktionieren. Du kannst dir gerne meine Wohnung anschauen. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Du kannst dir gerne meine Wohnung anschauen. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Du kannst dir gerne meine Wohnung anschauen. Bisher habe ich aber nur einen einzigen Sessel. Das Kleid war preiswert. Ich habe es im Ausverkauf gekauft. Das Kleid war preiswert. Ich habe es im Ausverkauf gekauft. Ich habe tolle Eltern und kann jederzeit über alles mit ihnen reden. Ich habe tolle Eltern und kann jederzeit über alles mit ihnen reden. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich zeige dir genau, was ich meine. Kannst du es auf dem Display erkennen? Ich zeige dir genau, was ich meine. Kannst du es auf dem Display erkennen? Ich zeige dir genau, was ich meine. Kannst du es auf dem Display erkennen? Ich will nicht, dass mich jemand erkennt. Also ziehe ich meinen Hut ins Gesicht. Ich will nicht, dass mich jemand erkennt. Also ziehe ich meinen Hut ins Gesicht. Manches Gemüse essen wir roh. Dann sind noch alle Vitamine und Mineralien drin. Manches Gemüse essen wir roh. Dann sind noch alle Vitamine und Mineralien drin. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Tomaten müssen vor der Verarbeitung gründlich gewaschen werden. Ich notiere mir deine Veränderungswünsche und beginne gleich mit der Programmierung. Ich notiere mir deine Veränderungswünsche und beginne gleich mit der Programmierung. Als wir von dieser Geschichte hörten, haben wir uns gleich gedacht, dass ihr dabei mitmachen möchtet. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Kann ich noch etwas Kaffee haben? Meine Tasse ist schon wieder leer. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland mehr als 470.000 Tonnen Butter produziert. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland mehr als 470.000 Tonnen Butter produziert. Wenn ich in der Natur bin, zeichne ich, was ich sehe. Wenn ich in der Natur bin, zeichne ich, was ich sehe. Möchte jemand Schokoladenplätzchen probieren? Im Supermarkt gab es eine neue Sorte. Möchte jemand Schokoladenplätzchen probieren? Im Supermarkt gab es eine neue Sorte. Basilikum kann zum Würzen von Salaten, Soßen, Suppen und anderen Gerichten verwendet werden. Basilikum kann zum Würzen von Salaten, Soßen und anderen Gerichten verwendet werden. Es ist 10 vor 8. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Es ist 10 vor 8. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.